Was geht ab, Leute? Euer OptionalTry hier. Die Beta-Phase ist vorbei. Wir haben natürlich ein paar freshen Clips gesammelt. Eine 23 zu 4 Runde aufsuchen, zerstören. Richtig lecker. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Darum folgen noch andere, weitere Clips von mir. Sagt mir, was ihr von der Beta haltet. Ob es euch gefällt, ob es euch nicht gefällt. Whatever. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Wir sehen uns im Stream. Slash OptionalTry. Let's f***ing go. Let's f***ing go. 3 3 4 4 5 5 5 6 8 8 9 10 10 10 Natürlich, die anderen Random Clips. Alter, was? Fünf Stück, Digger. Halt dich.